Servus und hallo zur nächsten Mission von Age of Mythology. Wir haben das letzte Mal mit Hilfe von Thors Hammer das Untergrundtor versiegelt, doch Gargarensis hat einen Segen von Kronos erhalten oder irgendeine Belohnung. Jetzt müssen wir aufpassen, was er vorhat. Noch ist nicht alles verloren. Mit Unterstützung eines alten Freundes versuchen unsere Helden, Gargarensis wütenden Vergeltungsschlägen standzuhalten. Los geht's! Ich habe es euch ja gesagt. Wir hätten Akantos töten sollen, als wir konnten. Beruhige dich, du Wurm. Noch ist nicht alles verloren. Was? Wie soll das möglich sein? Alle Tore wurden versiegelt. Wir haben einen Plan, mein Freund. Ja, ja. Und du wirst eine wichtige Rolle darin spielen. Was? Welcher Plan? Hm, ein ziemlich hübscher Krater. Akantos! Ah, wo sind wir? In Midgard. Die Schlacht ist doch nicht vorbei. Was ist mit dem Tor? Das Tor ist geschlossen. Aber wir konnten Gargarensis nicht aufhalten. Seine Armee ist auf dem Weg hierhin. Armee ist nicht gut. Diese Schlucht führt nach Trautnir, einer verlassenen Minenstadt. Wir können die Rohstoffe und die Befestigungen dort zu unserer Verteidigung nutzen. Das hört sich nach einem guten Plan an. Samwikt! Okay. Ja! Die haben schon ein paar Türme, das ist halt schlecht. Ja, Will! Samwikt! Ja! Ja! Skippern! Ja, Will! Mit Hilfe eines... Samwikt! Da wollte mich gerade ein Bär angreifen. Alles klar. Ah, nein. Ich will bloß seine Zwergenfähigkeiten als Mühle haben. So. Schau mal, das Holzverbedarf. Skippern! Ja, Will! Ja! Ja! Samwikt! Samwikt! Ja! Okay. Samwikt! Ja! 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 Ach, noch ein Bär. Ja! Ja! Ah, lol. Jetzt habe ich alles erkundigt. Ja! 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 Ich habe sogar ein paar Häuser bekommen. Cool. Ja! 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 ...die verteidigt werden müssen. So, was haben wir hier? Ein Zwerg. Holzfäller. Holz, Holz, Holz. Irgendwo viel Holz. Oh, nö. Sieht nicht so rosig aus. Tilbuen. Aber mit welcher Hilfe welches alten Fündes rechnen wir hier? Ah doch, hier gibt es genügend Holz. Ja, das ist ausreichend. Absolut. So, Produktion. Zehn Leute. Die sechs gehen runter und holen Holzacken. Oh, Welle sind wieder. Kann man bestimmt gebrauchen. So, okay. Schauen wir mal. Ah, die wurden angegriffen. Die, okay. Haben aufgegeben. Keiner ist gestorben. Hm, da oben ist auch sowas. Okay. Was kann ich da noch haben? Okay. 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 Ja, ja, will. Ja, will. Ja, will. Du darfst dich auch bewegen. Sie sollen hier das kaputt machen. Das macht nämlich Sinn, weil dort oben ist ein guter Platz, um Befestigungsanlagen hinzubauen. Also. Tillbuein. Ja, will. Ja, will. Ja. Tillbuein. Ja, will. Skip out. Ja, something. Tillbuein. Samthick. Tillbuein. Skip out. Nee, das wird schon klar. Wer ist da? Sat. Wer ist da? Ich will. Wer ist da? Ich will. Tillbuein. Was ist eigentlich? Sasthack, ich meine. Okay, zehn Minuten. Tillbuein. Zehn Minuten, da. Also eine Kree. Zehn Minuten Zeit. Hm. Zehn Minuten Zeit. Ich wiederhole das jetzt auslos. Zehn Minuten Zeit. Erstmal hier die Mauer durchziehen. Hier drüben ist eine Mauer, vielleicht auch nicht schlecht. Klack. Gut, du baust da. Ja. Ja. Ein bisschen mehr Ressourcen hätten sie mir schon geben können. Ja. 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 Zehn Minuten ist echt nicht gerade die Welt. Die werden schon angegriffen. Die blöden Wolfe. Echt lästig. Da bin ich jetzt ein bisschen über... Ah, ich kann's upgraden zum Steinwall. Und hier ein Tor machen. Hier mach ich auch mein Tor. Das schaffen die niemals. Upgrade zum Steinwall. Das machen die Lauer. Zehn Minuten. Hab ich Zeit. Ja. Glotte zehn Minuten. Okay, das ist problematisch, ich bräuchte... Okay, du arbeitest. Ich bräuchte... Ich bräuchte... Ich bräuchte... Ich bräuchte... Ich bräuchte das... Das... Und am besten zweimal das. Ja, aber... Meint er wirklich, dass Welle allein reichen? Schade, dass ich da nicht hochkomme. Okay, theoretisch kann ich jetzt aufsteigen. Theoretisch deshalb, weil praktisch fehlt mir noch einiges. Gold zum Beispiel. Skip an? Na, du. Ich will. Hver er þar? Hver er þar? Was will ich mir träuen? Das ist doch uncool. Nielbau in STEM, Das resultat. Hilbert links Mio. Schon wieder, Wolf? Auff Jesús. Die kommen voll in den Wölfern. Ich werde gleich mal upgraden. Ob ein Holz. Okay, 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 das passt. Nahrung ist jetzt auch okay. Holz dürfte jetzt langsam auch werden. Hm, dann wird es jetzt an der Zeit, Truppen auszubilden. Nachdem ich das da aktiviert habe. Und zwar, äh, Frost. Gut. Jetzt wird das auch starten. Und auch so. Oh. Seht, nach Osten. Nett. Wenn ihr euch jetzt ergebt. Garantieren wir euch einen schnellen Tod. Andernfalls werdet ihr langsam und qualvoll enden. Wir ergeben uns. Kommt ein bisschen näher. So soll es sein. Ich hätte gerne ein paar Kater. So, also, äh, ja, Belagerungs-Fernkampfwaffen. Hilfe trifft ein. 20 Minuten. 20 Minuten überlegen. Hört sich erstmal relativ... ...einfach an. Till Ores ist laus. At raus. Hm, da fängt schon an. Ja, something. At raus. Ja, ja. Ah, jetzt ist der Weg frei, Leute. Skipp an. Skipp an, something. Au. Okay. Ja, something. At raus. Bisher alles cool. Till Ores ist laus. Wir haben schön Gunst gefahren. Da kann man zufrieden sein. Helden bitten hier rüber auch noch. Ansonsten haben wir eine gute Verteidigung, werde ich behaupten. Marktplatz brauche ich, wenn ich ins nächste... Oh, was ich gebrauchen kann, ist das. Hier will. Und dann auch einen Marktplatz. Something. So, das müsste jetzt erstmal sogar reichen. Ja. Ich tu... Ja. Jetzt das noch ein bisschen upgraden, damit das ein bisschen schneller gefarmt wird. Ansonsten. Ich weiß noch nicht, ob ich von da auch welche kommen. 20 Minuten müssen wir durchhalten. Das klingt nach einer schaffbaren Mission aus. An... Ja. Ein bisschen hier noch ein Wall. Einfach sie aufhalten überall. Skippern? Hier bin. Da war noch eine Festung rein. Klepp... Klepp... äh... Klecksen. Eigentlich wollte ich quetschend sagen. Oh, naja. Ja, Baby. Das hat auf jeden Fall meine Frage beantwortet. Ja, die kommen auch von da. Oh, ja. Und das ist nicht schön, wie sie hier kommen. Jetzt können wir eigentlich reparieren. Einer könnte reparieren, habe ich gesagt. Jetzt bin ich da abgezogen. Jetzt kommen sie natürlich von da. Reparieren, bitte. Das reparieren. Nee. Schatten? Achso, das sind keine Schatten. Doch, das sind Schatten des Hades. Die waren einmal sehr stark. Einen brauche ich hier. Der muss hier wieder zumachen. Ähm, wie sieht es sonst aus? Gut. Hm, Wölfe. Ich mag es, eine Riesenarmee aus Wölfen zu haben. Okay. Geht nicht. Egal. Ach, ne Krähe. Wieder mal. Ja, wir bunkern hier uns ein. Können bald Wölfchen machen. Und ansonsten. Elf Gold. Naja, so weit ist der Weg ja auch nicht. Bestimmt schon. Jao. Jao. Was? Ich brauche jetzt doch langsamer mehr Nahrung. Telbuin? Und Helden. Ich muss nicht nur die da in der Massenproduktion haben, sondern die auch. Warum ist er draußen? Lol. Skippern? Something? Naja, bald ist da eine Festung, dann geht es auf jeden Fall ein bisschen besser. Gleich mal upgraden, dass die Pfeile stärker sind. Generell, dass alle stärker sind. Das ist eigentlich klasse jetzt. Jao. Schön. Hm. Das Gold, das fließt. Ich glaube, das kriege ich mehr schnell, als dass ich es ausgeben kann. Ja, das passt. Na ja, noch knapp Elfen. Oh, Dinosaurier. Die kommen mit Dinosauriern. Also halt. Jao. Jao. Hydra. Something. Okay, ein göttlicher Zauber verhindert, dass ich irgendwas machen kann. Toll. Danke. Auf die Hydra. A drauf. Sack. Sack. Good job. Gut gemacht. Hm. Kann ich nicht weiter upgraden. Schade. Ja, das ist die Pestilenz. Ich kann gerade nichts ausbilden. Ein göttlicher Zauber verhindert das. Nee, nee, nee. 33 Stärke. Komm, ihr Wölfe. Kling mal darüber. 46. 43. Fress die Ramme. Gut. Alter Schwede, die sind jetzt echt stark. Hm. Keine 10 Minuten mehr. Wenn ich das upgrade, kann ich sogar noch ein paar Truppen mehr machen. Was war das? Welle sind widerstandsfähiger. Holen wir uns schnell mal. Komm, dass kann so ein Held machen. Der Langdiener, genau. Herr Langdiener. Bard Langdiener. Bard. Bard. Schade, dass ich den nicht upgraden kann. Hätte ich auch gern gemacht. Aber ich kann das upgraden. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Bitte in den Tempel bringen, dann sind die Welle widerstandsfähiger. Das ist durchaus brauchbar. Obwohl die 68% haben, gehen sie doch immer so schnell kaputt. Zumindest kommt es mir so vor. Also die Hydren zum Beispiel, die fressen die auf wie nichts. Till Buin, Samsekt, Fiao. Ein neuer Wolf. Sieht eigentlich recht gut aus. Die kommen hauptsächlich von der Seite. Fress sie! Das möchte ich jetzt drauf ankommen lassen. Wölfe gegen gemischte Truppe. Till Buin, Jao. Auch wenn wahrscheinlich die Wölfe zu kostbar sind, um so einen Versuch zu machen. Hm. Die Verluste waren zu hoch. Schiffen. Jäkweh. Ach Gottchen. Jao. Jao. Was? Warum? Arbeite. Zwerg. Wölfe. Wölfe. Gut. Also hier sind einige Truppen. Hier stehen gut welche. Und da kommt einer. Ne, eine Krähe bloß. Kaputt. Ich habe noch meine Wölfe in der Hinterhand. Ansonsten. Till Buin. Something. Das war Fakt. Jao. Heißt das nur warten. Sechse... Sechseinhalb Minuten noch warten ... ... und schauen, was sie uns noch entgegenschmeißen. Temperschweiß. Kommt mit Sicherheit wieder vor Ende, äh, vor, bevor die Hilfe eintrifft, kommt dann noch so ein Großangriff. Oder jetzt? Ach, lol, da ist eine Lücke. Mh, kann man die schließen? Ja. Skipper! Ich bin kaputt. Was könnte ich jetzt eigentlich noch machen? Ich kann weitere Türme bauen. Mit dem Geld, was ich habe. Oder ich kann... Noch mehr Türme bauen. Ähm, auf der Seite, überraschend, kann ich auch Türme bauen. Erschütterung. Ja, okay. Tö, was machen die? Ich muss mal ein Wolfsrudel noch unterstützen. Und da einfach mal hier den Boden beben lassen und sind da durchgebrochen. Dafür habe ich aber meine schnelle Eingriffstruppe. So, jetzt müssen wir schnell hier wieder zumachen. Und weitere Türme bauen. Die Mauer muss wieder her, die Mauer muss wieder her. Okay, so, und was jetzt? Hm. Die sind stark, auf jeden Fall, die Wölfe. Das Wolfsrudel ist echt Hammer. Tillbohin. Du sollst reparieren. Genau. Die Festung, bitte. Zweieinhalb Minuten, also wenn jetzt noch ein Großangriff kommen soll, dann... Der mich komplett aufreibt und mein Ziel zu überleben generell... ... jetzt entgegenwirkt, dann müsste jetzt mal hier was kommen. Ja, wir haben ihn ja bei dieser Hexe befreit. Und anscheinend will er sich revanchieren. Diese hässlichen Rahmenböcke wegmachen erst mal. Ja, dass die hier durchbrechen. Ah, Wölfe sind anscheinend doch nicht so eine gute Truppe. Die sterben zu schnell. Die machen zwar Schaden, sind auch schnell, aber zum Preis zu... Der Preis ist zu hoch. Auch wenn sie relativ billig sind. Gehen halt zu schnell drauf. Ja. Ich bin... Ähm... 45 Sekunden. Kommt jetzt noch was? Da versuchen sie es nochmal mit einer üblichen Truppe. Ganz ehrlich, ein Großangriff sieht anders aus. Besonders, was ich mich jetzt schön zugebunkert habe. Vielleicht muss ich dann mit der... Armee, die er mitbringt... Das wird spannend. Acht Sekunden noch. Mission geschafft, oder... Gegenschlag. Ihr sollt den Ruhm nicht alleine ernten. Odysseus. Die letzte Stunde des Zyklopen hat geschlagen. Okay. Dann... Armee Nummer 2. Mal ist das. Armee Nummer 3. So, sammelt euch mal hier vor den Toren. Armee Nummer 1. Dann machen wir einen Gegenschlag. Okay. Äh, jetzt kommen sie von da. Ja, das kann er nochmal. Das will der Scheiß. Scheiß doch hier an allen Ecken und Enden dieser Galerensis. Beiß die mal. Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Hier, bitte die Mauer wieder hochziehen. Der muss immer seine Zauber dafür verschwenden. Gut so. Okay. Okay. Ähm... Alle da. Los, los, los. Ja, dann läuft halt darum. Die kämpfen, dann laufen einfach durch. Alle da sammeln. Skippen. Jigwe. Könnt ihr erstmal die Verfolger hier auffressen. Niedermetzeln. Je nachdem was Liebes. Die Angreifer auch. Diese Welle kommt dann schon mal nicht mehr zu unserem Wagen. Voll die Armee. Hat schon was. Okay. So, alle weiter. In der gelben Fahne. Bin ja mal gespannt. Aber hier ist doch gar nichts. Okay. Gleich mal meine Zauber einsetzen. Achso. Oh, ihr könnt euch nicht wehren. Das tut mir aber leid. Ah, Gagarenses. Hm. Da fällt was aus. Aber nicht genügt. Gewonnen. Das war zu einfach. Das war viel zu einfach. Und da es ein nächstes Szenario gibt, ist die Reise noch nicht zu Ende. Wir müssen zurück nach Atlantis. Was ist los? Das sehen wir in der nächsten Mission. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.